Moin Moin, Freunde, hier ist Sascha und ich begrüße euch heute zu einem neuen Overwatch-Video. Es ist mal wieder Zeit, ich habe diesen Satz sehr lange nicht mehr gesagt. Wir haben ein neues Overwatch-Video und ich weiß, viele würden sich wünschen, dass es mehr Overwatch-Videos auf dem Kanal hier gibt, aber machen wir uns nichts vor. Zum aktuellen Zeitpunkt ist Blizzard so tief im Winterschlaf, was das Thema Overwatch betrifft, dass es einfach nicht viel zu berichten gibt. Und sobald sich das ändert, gibt es natürlich auch weiterhin hier Overwatch-Videos. Also es ist nicht so, dass ich keine Overwatch-Videos mehr mache. Das ist mir nochmal ganz wichtig, das heute zu erwähnen. Aber ich möchte nicht an dem Punkt ankommen, wo ich künstlich irgendwelche Overwatch-Videos mir aus dem Hintern ziehe, sondern ich möchte Overwatch-Videos machen, wenn es auch wirklich Sachen gibt, die ein Video rechtfertigen. Und heute wollen wir mal ein bisschen über die BlizzCon-Line sprechen, denn ja, viele haben sich vielleicht gefragt, wie steht es eigentlich im Overwatch 2? Passiert da noch was? Und das ist eine Frage, die man sich zurechtstellt, denn vor genau einem Jahr wurde Overwatch 2 enthüllt auf der BlizzCon. Das ist Blizzards hauseigene Messe. Ich war die letzten Jahre immer vor Ort, hab mir die neuen Sachen angeguckt, wurde auf Einladung von Blizzard nach Anaheim geflogen. Fantastische Erfahrung, die jeder Blizzard-Fan machen sollte. Aber nach der Ankündigung von Overwatch 2 wurde es ja ruhig, das haben sie auch gesagt. Und eigentlich wäre der Plan sehr wahrscheinlich gewesen, dass wir auf dieser BlizzCon, die jetzt ziemlich in diesem Zeitrahmen stattgefunden hätte, mehr über Overwatch 2 erfahren. Ja, dadurch, dass wir nochmal eine globale Pandemie haben, dadurch, dass Messen abgesagt sind, findet die BlizzCon dieses Jahr nicht regulär in Anaheim statt. Stattdessen bringt man das Ganze im nächsten Jahr online. Februar ist es soweit. Das Ganze nennt sich BlizzCon-Line. Oh, ihr der Name, aber lassen wir mal so stehen. Dort wird man dann wahrscheinlich mehr endlich über Overwatch erfahren. Wer also irgendwie gehofft hat, dass jetzt im November was passiert, dem muss ich leider enttäuschen. Denn letzte Woche hat J. Allen Brack ein neues Video veröffentlicht. Da hat er so ein bisschen über den Entwicklungsstand von den hauseigenen Spielen gesprochen. Über Diablo, über World of Warcraft. Und theoretisch hat er uns nahezu nichts über Overwatch 2 gegeben. Es ist viel in einem Nebensatz oder sowas, das ein wichtiger Franchise ist. Aber es hat im Grunde genommen die Hoffnung, glaube ich, zerstört, die viele von uns hatten, dass wir dieses Jahr vielleicht zumindest noch ein kleines Lebenszeichen vom Spiel bekommen. Das heißt, wir müssen unsere Augen auf die BlizzCon-Line richten, die im Februar stattfindet. Die übrigens, und auch das wurde diese Woche bekannt gegeben, komplett kostenlos für alle Leute verfügbar sein wird. Ob es dann wieder irgendwie so einen Virtual Pass gibt, den man sich kaufen kann für Skins. Letztes Jahr gab es ja den coolen Genji und den Symmetra Crossover-WOW-Skin. Das muss man dann noch sehen. Aber ja, sehr wahrscheinlich, also wir können uns im aktuellen Zeitpunkt darauf einstellen, dass vor Februar nichts mehr passiert. Ob im Februar dann vielleicht, wie momentan von vielen spekuliert wird, irgendwie eine Beta stattfindet, ob man Dinge online testen kann. Ich würde fast davon ausgehen, selbst wenn es keine Beta ist, würde es mich nicht wundern, wenn Blizzard für ein Wochenende vielleicht die Overwatch 2-Server online bringt, dass man den Push-Modus antesten kann. Denn man darf nicht vergessen, der war im letzten Jahr ja schon spielbar. Auf der letzten BlizzCon, vor genau einem Jahr, konnte man die Toronto-Map spielen. Man konnte auch den Push-Modus spielen. Und ich glaube, es gibt nicht so viele Gründe, die dafür sprechen, uns so ein bisschen etwas zu geben, sag ich mal. Und so ein bisschen diese Erfahrung, die wir alle nur online erleben können, weil wir nicht nach Enerheim können, so BlizzCon selbst dann online zu erleben. Und so ein bisschen Zeug anzuspielen. Uns ein bisschen die Hoffnung zu geben, bei dem, was Overwatch 2 dann wirklich an den Tisch bringt. Aber bis dahin wird es vermutlich sehr ruhig. Wir wissen, Winterwunderland beginnt theoretisch im Dezember. Jetzt haben wir noch einen ganzen Monat bis dahin. Es könnte sein, dass diesen Monat wirklich eine In-Game-Challenge beginnt. Würde mich sogar nicht wundern. Wir haben noch diesen dritten Tracer-Comic, der droppt. Dazu werde ich übrigens nochmal ein komplettes Story-Video machen, wenn dann der Comic komplett da ist, was jetzt vermutlich jeden Tag passieren dürfte. Also würde es mich nicht wundern, wenn vielleicht Dienstag oder rauf die Woche eine In-Game-Challenge nochmal startet, die uns zwei, drei Wochen beschäftigt. Dann kommt Winterwunderland. Und dann im Februar ist die BlizzCon-Line. Ja, was aber noch ganz interessant war, war diese Woche auch, dass ein Conference Call stattgefunden hat, wo Blizzard so ein bisschen über die eigenen Finanzen gesprochen hat und auch Pläne, die die Zukunft betreffen. Und dabei war man sehr up front and center, dass man gesagt hat, man versucht, die eigenen erfolgreichen Franchises auf mobile Plattformen zu bringen. Ist keine große Überraschung, gerade wenn man sieht, was für ein riesiger Erfolg zum Beispiel Call of Duty Mobile geworden ist, was sich sogar erstaunlicherweise für einen First-Person-Shooter ziemlich gut auf einem Smartphone spielt. Jetzt bin ich der Meinung, ich möchte kein Overwatch auf einem Handy spielen. Nicht so, wie es derzeit ist. Was wir aber nicht vergessen sollten, ist, dass man diesen Franchise einfach ausbauen könnte. Es könnte ein Spin-Off-Spiel sein. Es könnte irgendwas sein, was wirklich auf Smartphones zugeschnitten ist, was jetzt aber nicht unbedingt das Hauptspiel ist. Wir sehen das mit anderen erfolgreichen Franchises. Zum Beispiel schauen wir uns sowas an wie Pokémon. Es gibt so viele Pokémon-Spiele oder Mario-Spiele, mittlerweile die auf dem Smartphone funktionieren, die aber nicht jetzt diese Kernerfahrung sind, sondern einfach wie so eine Art Spin-Off-Game. Und da bin ich sehr gespannt drauf, was Blizzard wirklich daraus macht. Denn ich sehe schon, und ich glaube, das sieht auch jeder von euch, dass Overwatch ein Universum ist, was wir alle toll finden. Wir lieben Overwatch, wir lieben die Charaktere, wir lieben diese Welt, die da gebaut wird. Und wenn dann zum Beispiel auf dem Smartphone sowas erscheinen würde, wie Sombra's Hacking-Game oder sowas, oder, I don't know, Pokémon Go mit Blizzard-Charakteren, oder, ich glaube, wir würden es alle ein bisschen feiern. Auch wenn das jetzt vielleicht nicht die besten Beispiele sind, machen wir uns da nichts vor. Aber ich denke, es gibt genug Raum, ein cooles Smartphone-Spiel zu entwickeln, was auch wertig ist, was nicht unbedingt so ist, wie Overwatch jetzt als Shooter ist, aber einfach ein bisschen was an den Tisch bringt, was cool auf dem Handy spielbar ist. Und ich bin mir ziemlich sicher, dass viele von euch jetzt sagen werden, ach, Overwatch ist doch eh ein toter Franchise. Das Ding ist, das ist viel subjektive Wahrnehmung. Denn auch wenn ihr das vielleicht an euren Freunden seht, die weniger Overwatch spielen, oder an den Leuten um mich herum, oder ihr seht, dass auf Twitch weniger Overwatch gespielt wird, oder zum Beispiel hier seht, dass es weniger Overwatch-Videos gibt, Overwatch ist vier Jahre nach seinem Erscheinen immer noch unfassbar populär. Im Conference Call hat man nämlich bekannt gegeben, dass es immer noch 10 Millionen monatliche Spieler gibt. Jetzt ist die Frage, was heißt monatliche Spieler? Sind das Leute, die sich einfach einloggen in Overwatch? Selbst wenn sie nur eine Minute verbringen, sind das Leute, die mindestens eine Stunde spielen? Das wissen wir nicht. Aber selbst wenn sich 10 Millionen Leute nur einloggen, ist das eine große Zahl für ein vier Jahre altes Online-Spiel. Darf man in keinster Weise unterschätzen oder Overwatch für tot erklären? Content-mäßig? Da kann man sagen, Overwatch ist seit diesem Jahr so kurz vorm Herz-Kollaps. Aber was die Spielerbase betrifft, die ist weiterhin da. Ihr kriegt es vielleicht nicht mit, weil ihr vielleicht nicht auf der Plattform spielt, wo viele Leute da sind. Ich weiß zum Beispiel, auf der Switch gibt es extrem wenig Spieler. Subjektiver Eindruck. Aber auf anderen Plattformen wird halt deutlich mehr gespielt. Und das muss man halt immer sehen. Jedenfalls auch interessant, wo wir über Overwatch 2 geredet haben, es gibt jetzt einen sehr interessanten Artstation-Account. Der ist nämlich von Andrew Minivare. Das ist einer Environmental Artist von Blizzard. Und der hat, wie viele andere Blizzard-Artists auch, seinen Artstation-Account mit ein bisschen Konzept-Art gefüllt. Von den Sachen, die uns im Grunde genommen auf der Toronto-Map erwarten. Das passiert immer wieder. Blizzard-Mitarbeiter dürfen das auch sehr offiziell, ihre Konzept-Arts und sowas, solange die nicht irgendwie große Spoiler enthalten, auf Artstation hochladen, einfach um ihr Portfolio ein bisschen zu füllen. Und bei Andrew sieht es so aus, dass der uns so ein paar Sachen gezeigt hat, die auf der Toronto-Map rumstehen werden. Wir sehen zum Beispiel so Armprothesen, die teilweise ein bisschen sogar nach Lucio aussehen. Die einen sieht irgendwie nach Iron Man aus. Also es werden alles Sachen sein, die irgendwo auf der Map platziert sind. Das ist jetzt nichts, was uns spoilermäßig irgendwas wegnimmt. Aber es sieht einfach sehr cool aus, so diese futuristischen Designs zu sehen. Dass es hier irgendwelche Penny-Pressen gibt, dass es wie die Bänke aussehen und so weiter. Ich finde, das ist cool. Schaut euch da gerne mal durch, was er hier alles veröffentlicht hat. Wir sehen unter anderem auch Beine, die wie Hansos Beine aussehen. Auch das sehr cool. Schaut euch das gerne mal an. Ich verlinke es euch. Auch das wollte ich euch heute mal erwähnen. Ja, Freunde, und das war's. Ich habe heute mal viele Sachen hier reingeworfen, damit wir mal so ein kompaktes, kleines, ich bringe euch auf den aktuellen Stand rund um Overwatch, rund um Overwatch 2, alle Sachen, die passiert sind, bringe. Ich hoffe, dass einfach, auch wenn Overwatch gerade, wie ich es schon sagte, so ein bisschen im Winterschlaf ist, dass wir zumindest regelmäßig kleine News-Bits bekommen. Weil irgendwann wird Overwatch 2 erscheinen und irgendwann muss Blizzard auch ein bisschen den Hype-Motor anwerfen. Und ich würde es schön finden, wenn das noch dieses Jahr passieren würde. Die Chance ist klein, viel, viel größer ist die Chance, dass ab Februar wirklich die Infos droppen. Aber wir können ja zumindest ein bisschen uns die Hoffnung bewahren. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst gerne einen Daumen nach oben da. Ich würde mich auch freuen, wenn ihr den Kanal weiter abonniert, auch wenn aktuell nicht ganz so viele Overwatch-Videos kommen. Sobald Overwatch 2 da ist, wird sich das natürlich auch wieder ändern. Bis zum nächsten Mal.